Ich bin gekommen, ein Feuer zu werfen. Das sagte Jesus über sich selbst. Ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen und würde mich freuen, wenn es schon brennen würde. Denk nicht, dass ich hier bin, um Frieden zu bringen. Nein, wegen mir werden sich Familien verstreiten und Geschwister gegeneinander kämpfen. Die Menschen, die zu mir gehören, werden viele Probleme mit den Menschen haben, die nicht zu mir gehören und es wird Streit geben. Wundert euch nicht, wenn das passiert, weil ihr mit mir geht.